Bist du bereit, die Motorhaube zu öffnen? Use-Tool für die Tutorials? Und für die Autoteile ist die Mister Auto-App der richtige Reflex. Praktisch, schnell und günstigerer Preis als auf der Website. Um das Öl zu wechseln, musst du einen Ölfilter, einen Vorreiniger wird vor dem Ölwechsel eingesetzt und einen Ölkanister besorgen. Die empfohlenen Teile und Produkte findest du in der Videobeschreibung sowie unter dem Link, um Infos über die Ölsorte und die benötigte Menge zu erhalten. Schalte die Zündung deines Autos aus, ziehe die Handbremse an und öffne die Motorhaube, indem du am entsprechenden Hebel ziehst. Öffne den Ölfüllverschluss, um den Ölabfluss beim Ölwechsel zu erleichtern. Wir empfehlen dir, dem Altöl in deinem Motor vor dem Ölwechsel einen Vorreiniger hinzuzufügen. So machst du deinen Motor frei und beseitigst hartnäckige Rückstände von deinem Motor, senkst deinen Öl- und Kraftstoffverbrauch und reduzierst die im Rahmen einer technischen Überprüfung angemessenen Schadstoffemissionen. Lass dein Fahrzeug vor Gebrauch des Vorreinigers 5 Minuten lang laufen, damit das Öl leicht warm wird. Füge dann das Produkt hinzu und lass den Motor 10 bis 15 Minuten lang langsam drehen. Sobald das Produkt zugegeben wurde, darfst du dein Auto nicht mehr fahren. Achte darauf, dass du das Öl sofort danach wechselst. Für den Ölwechsel in deinem Auto musst du den vorderen Teil anheben, damit du an die Ölablassschraube herankommst. Hebe den vorderen Teil des Autos an und stelle ihn auf zwei Unterstellböcke. Wir empfehlen dir außerdem wärmstens, vor diesem Schritt das Tutorial deinen Wagensicheranhebern anzuschauen. Du kannst nun die Ölablassschraube sehen. Lockere die Ölablassschraube zuerst mit einer Ratsche und einem 21 mm Einsatz und schraube sie dann von Hand ab. Vorsicht bei den letzten Drehungen der Schraube, das Öl kann plötzlich herausspritzen. Sei darauf vorbereitet und stelle einen Ölauffangbehälter darunter. Du kannst ihn auch selbst herstellen. Schau dir dazu das Video «Stell deinen Auffangbehälter selbst her» an. Lass das Öl während ungefähr 10 Minuten herausfließen. Beim Ölwechsel musst du auch den Ölfilter wechseln. Nimm die Motorabdeckung ab. Stell den Auffangbehälter darunter, damit das Öl aus dem Filter nicht verloren geht. Löse den Ölfilter. Wenn dies von Hand nicht geht, kannst du ihn mit einem Kreuzschlüssel lösen. Falls dies auch nicht klappt, schau dir unser Video «Einen festsitzenden Ölfilter lösen» an. Drehe den Filter nach oben, sobald du ihn herausgenommen hast, damit das Öl nicht ausläuft. Alle Teile, die wir in diesem Tutorial verwenden, stimmen von unseren Vertrauensverdinkenpartnern, die uns auch dabei helfen. Du kannst sie dir gerne in der Beschreibung ansehen. Nimm dir einen neuen Filter und schmiere die Dichtung auf der Seite, die angeschraubt wird, mit ein bisschen Öl ein. Dies verhindert eine zu starke Reibung zwischen der Dichtung und dem Motorblock, wodurch sich die Dichtungsfähigkeit verringern könnte. Außerdem erleichtert es die Montage. Schraube den Filter wieder fest, bis du den Kontakt spürst. Nimm ihn dann fest in die Hand und drehe noch eine halbe Umdrehung weiter. Setz schließlich die Motorabdeckung wieder auf. Ersetze die Dichtung für die Ölablassschraube durch eine neue und schraube dann die Ölablassmutter wieder an. Zuerst von Hand und schließlich mit einem Schlüssel, aber ohne es zu übertreiben. Nun musst du wieder Öl in den Motor füllen. Dieser Schritt muss sorgfältig und präzise ausgeführt werden. Bring zuerst die Abdeckung wieder am Kurbelgehäuse an und stell dann dein Auto wieder auf den Boden, denn der Ölstand muss am flachstehenden Auto geprüft werden. Fülle in einem ersten Schritt 90% der angeratenen Menge ein, denn so hast du noch genügend Spielraum, um den Ölstand anzupassen. In der Videobeschreibung findest du genaue Angaben zu den Ölmengen, die du je nach Auto für den Motor benötigst. Schliess den Ölfilverschluss, starte den Motor und lass ihn 30 Sekunden lang laufen. So wird sich der Ölfilter füllen. Zieh den Ölmessstab heraus und wische ihn ab. Steck ihn wieder in die Öffnung, zieh ihn erneut heraus und überprüfe den Ölstand. Der ideale Ölstand liegt nahe beim Maximum, aber pass auf, dass er niemals überschritten wird. Pass den Ölstand je nach Anzeige auf dem Ölmessstab an, bis der ideale Ölstand erreicht ist. Vorgang beendet Hallo, ich bin Opa von Newstool. Ich hoffe, dieses Video hat dir bei der Wartung deines Autos geholfen. Hilf auch du uns, diesen Kanal bekannter zu machen, damit wir noch mehr Tutorials produzieren können. Es ist ganz einfach. Ein Like, ein Kommentar und abonniere dich. Das hilft uns extrem. Also dann, danke! Danke! Bis zum nächsten Mal.